Hallo ihr Lieben, heute ist Tag 23 von Defemoremba, der Aktion von Luise Heinzel und Barbara von 49 Dragonflies. Die Prompts für heute sind Blume und Paperdoll. Ich habe hier die ausgeschnittene Frau, neulich aus dem Prompt mit dem Hamster und dem knallroten Gummiboot. Dann ist der Affe heute das Tier und ich habe beschlossen, ich nehme diese Frau. Und diese Seite hier ist eh relativ weißgrundig und ein bisschen bunter. Und ich klebe die wieder hier direkt auf die Seite, weil das Journal schon recht dick ist und ich nicht noch eine Karte jetzt extra da einlegen möchte. So, dann werde ich den Affen ausschneiden und hier quasi so hinhängen, als wenn der hier, da ist zufälligerweise auch noch genau so eine Spange um den Arm rum. Und da hängt quasi der Affe so dran und die beiden, die tanzen halt fröhlich. Der sieht auch so aus, als wenn er ein Lidchen pfeift, finde ich. Und dann habe ich hier so eine Seite aus dem Magazin mit Blumen und da werde ich den Rock hier so draus machen. Ich schneide erstmal den Affen aus und klebe die beiden hier auf. Die beiden kleben jetzt hier. Und jetzt habe ich hier ja die Blumen und da wollte ich gerne hier mit Gelb quasi anfangen, dass das hier so ein Rock ist. Und der Affe, der kann ja sich ja hier vielleicht mit den Pfoten irgendwo noch hier so ein bisschen festkrallen in den Blüten oder sowas. Das heißt, ich werde das hier drumrum auch ein bisschen ausschneiden und da müssen wir mal gucken, wie war das jetzt zurechtschneiden. Ich habe die Blumen jetzt soweit ausgeschnitten. Hier auch noch eine, die unten an der Seite war. Müssen wir das mal so ein bisschen hin und her schieben, dass es passt. Also ich wollte, dass der Affe sich hier quasi so ein bisschen an der Blume festklammert. Das wäre dann so. Hier schneide ich noch ein bisschen weg und hier unten, das heißt, die lasse ich so und hier unten schneiden wir da ein bisschen weg. Dann kleben wir das so noch auf. Erstmal diese. Das ist so noch ein bisschen weg und hier unten, das heißt, das ist so noch ein bisschen weg. Dann noch den Rest abschneiden. Ja, ich finde, es ist soweit schon fertig. Wir können ja noch ein bisschen Distressen außen drum. Ja, ich finde, das ist schon fertig. Die beiden tanzen zusammen, sie mit ihrem Blumenkleid. Er pfeift eine Melodie, dahinter ist noch das Lied zu sehen. Das war Prompt 23. Wir sehen uns morgen zu Prompt 24. Bis dann. Tschüss.